Hallo und willkommen zurück zu X3 Terran Conflict. So, neues Jahr, neue Folge und wir schauen mal, wir sind hier... Ja, interessant. Mein Wagen war gerade am TÜV. So, wir sind ja hier, was war das gleich für eine Station, die wir hier besucht haben? Ähm, so eine Raster-Raffinerie, genau. Und unser Frachtschiff, das müsste das hier vorne sein. Und da müssen wir gleich mal rein. Ähm, ich schaue nochmal eben in die Sektorkarte. Das X-Äh, das Xenon-Schiff ist weg. Ähm, okay. Das war doch gerade noch hier. Das sind eine ganze Menge Raketen. Und wir müssen zu dem, zu dem, ähm, zu dem, dem Mammut, oder Elefant war das gewesen. So, also wir gehen hier mal auf gelandete Schiffe. Und da sehen wir unseren Kaiman-Tanker. Und wir, guck mal, wir werden jetzt das Schiff wechseln. Moment, Warenaustausch vielleicht erstmal. Und zwar dann den Sinser auf unseren... Singularitäts-Zachwebserungsantrieb. Transferiert. So, und dann erweiterte Option Schiff wechseln. So, und jetzt... ...verlassen wir mit dem, mit dem Schiff... ...uups... ...upps. ...au-au-au-au-au. Mit dem Schiff verlassen wir... ...die Station. Und wir suchen... ...ähm... ...den gesuchten... ...Spit-Elefanten auf. Wir müssen mit dem Tanker hier in die Nähe des Elefanten. So, ich schalte meinen Sinzer ein. Und tatsächlich kommt das Xenon-Schiff echt in unsere Richtung. Da muss ich wohl doch nochmal andocken. So, ich hoffe das klappt. Ansonsten, bevor die uns zerschließen. Ah nein, da kommen sie schon. Dann werde ich wohl doch nochmal laden müssen. Oder es wird automatisch der letzte Speicher geladen. Also der letzte Autosave. Genau. Also gut, dann müssen wir nochmal mit unserem Dingens-Schiff. Mit unserem M4 raus. Und damit gucken, dass wir die Xenon weggelockt bekommen. Und zwar so weit weggelockt, dass unser Schiff die gar nicht mehr so triggert. Heil der Familie Ronka. Die Split-Dynastie heißt sie willkommen an Bord. So, und los geht's. So, eben die Sektorkarte öffnen. Und wir müssen zwischen Nord- und Südtor. Äh, Nord- und Osttor. Da ist das Nordtor. Und das Osttor habe ich doch gerade noch irgendwo gesehen. Da ist das Nordtor. Das Osttor ist auch irgendwo hier. Das ist auf der Karte wird schon angezeigt unten. Da ist das Nordtor. Moment. Wieso sehe ich das denn nicht? Jetzt ist es links. Wahrscheinlich irgendwo vor dem Planeten. Ja, wo auch immer. Irgendwo hier wird's sein. Da unten. Also, wir müssen in die Richtung. Da kommen wir möglichst weit weg. So. Fliegen noch an unserem Satelliten vorbei. Der wird dann vielleicht auch noch drauf gehen. Weiß man nicht. So, dann warten wir hier mal, bis die Xenon nahe genug rangekommen sind. Und dann fliegen wir weiter. Wir wollen die ja nur anloggen. Und dann fliegen wir schnell zu der Station zurück. Tauschen wieder das Schiff. Und fliegen dann zu der Elefant. Ah, das sieht gut aus. Freuen wir uns tatsächlich. So. Dann wollen wir mal wieder einen Moment stehen. Ah, da fliegen sie um die Station rum. Ich dachte gerade schon, die würden umdrehen. Ich muss die wirklich nah ran locken. Mal wieder auf die Karte gucken. Denn ich habe ja jetzt nicht wirklich. Ah, nee. Also, eigentlich müssten wir jetzt Richtung. Ja, nicht so ganz Richtung Osten fliegen. Ah, das ist echt schwierig. Dadurch, dass ich die Karte. Also, entweder habe ich die Karte offen. Oder ich kann das Schiff steuern. Ja, müsste man mal so fliegen. Können wir es noch halbwegs steuern. Ach, nee. Jetzt sind die wieder. Das ist doch nicht wahr. Jetzt sind die einfach verschwunden. Und lass mich raten, die sind jetzt wieder in der Mitte des Sektors. Oder sind die jetzt ganz raus? Ganz raus wäre nicht schlecht. Oder die... Ja, ach, da sind sie. Doch, tatsächlich. Dann bleiben wir nochmal stehen. Lassen die ein bisschen näher kommen. Und dann fliegen wir... ...tatsächlich einfach mal... So schnell sind sie ja dann doch nicht. Und da kommen sie. Ups, nicht beenden, sondern... So, jetzt fliegen wir Richtung Ost-Tor. Genau, so. Vollgas. Wir folgen uns weiterhin. Kennen wir ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich dann jetzt einfach wieder Richtung Westen fliegen soll. Und dann erst Richtung Süden. Aber wir machen das jetzt mal so rum. Ja, komm, weiterfliegen. Und dann gucken wir mal. Das wird schon. Ich fliege jetzt mal am besten direkt zu der... Mein Besitz. Der ist... ...an Bord der... Äh... Wo sehe ich das nicht? Wir sind jetzt in der Sabre. Ihr Kaiman-Tanker. Rasta-Raffinerie L-Epsilon. Rasta-Raffinerie L-Gamma. Hier gibt es kein L-Epsilon. Mein Besitz. Kaiman-Tanker XL. Rasta-Raffinerie L-Epsilon. Ist das denn blöd? Ach so, da... Okay, das ist da oben. Rasta-Raffinerie L. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So, mit Vollgas hin. Und nochmal die Karte öffnen. Und dann Daumen drücken, dass wir... Das schaffen, mit unserem... Mit unserem Elefant da hinzukommen, bevor... Äh... Bevor... Die Xenon das Schiff erreichen. So. Landete Schiffe. Erweiterte Optionen Warenaustausch. Und unbedingt den... Sindsat tauschen. Und dann erweiterte Optionen... Schiff wechseln. Abdocken. Vollgas. Und zu unserem Ziel fliegen. Das da hinten. Das. 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 Genau. Da fliegen wir mal hin. Zu dem Elefant. Zu dem Elefant. Zu der Elefant. Ich glaube, wenn die Xenon am Rande auftauchen, dann ist es schon zu spät. Also... Okay. Das war das. Naja, was auch immer. So. Also, wir fliegen weiter. Und... Ups. Ich... So. Wir müssen jetzt irgendwie auf ein paar hundert Meter ran. Und dann auch schon mal gucken. Was ist denn hier die... Das ist nah genug. Sobald Sie aber bemerken, dass wir nicht die sind, für die wir uns ausgeben, könnte es brenzlig werden. Nun ja, ungemütliche Situationen haben auch was Nettes, oder? Seien Sie also darauf gefasst, dass wir uns schnellstens verziehen müssen. Jetzt. Ja, jetzt. Spaßvogel. Rasta Raffinerie. L. Gamma. Da würde ich gerne hin. Zu der Rasta Raffinerie. Drückt die Daumen, dass das klappt. Es sieht nicht so aus. Oh Mann. Das wird schief gehen. Ups. Naja, gut. Mit so einem Teil kann man natürlich auch nicht manövrieren. Ja, da brauchen wir einen... Wir brauchen da unbedingt einen... Das haut nicht hin. Wir brauchen da einen Sprungantrieb. Dann muss ich nochmal zurück. Und wir müssen gucken, dass wir uns einen Sprungantrieb besorgen. Dann funktioniert das so auf jeden Fall mit einem Sprungantrieb ausrüsten. Und den müssen wir uns erstmal besorgen. So, dann gehen wir hier auch raus und wir gehen mal, also wir gehen aus diesem Sektor mit unserem Schiff und wir müssen mal die Garte absuchen nach einer Station, die eventuell Sprungantriebe haben könnte. Die Gona haben sowas, das ist bekannt. Ähm, hier kann man sowas... Ups, nochmal kurz anklicken. Hier kann man sowas nicht kaufen. Ähm, yo. Also was wollten wir... Moment, Handelshafen. Ähm, ja, also wir brauchen den Sprungantrieb. Und dann gucken wir mal, ob wir das jetzt hier irgendwo bekommen. Gucken wir mal, ob sich da irgendeine Station findet. Also die war jetzt einfach so... Ja, wir werfen natürlich nicht. So, und dann... Äh, ich klicke hier gerade so schnell. Was war da noch? Traumfabrik, Sonnenkraftwerk, okay. Handelsstation... Ja, ja, in der Argon... Argon-Handelsstation... Kaum. Joferko Hopkort hier. Aber die haben ja immerhin... ...ganze Menge Software. Hier in der... ...Pololastation. Das ist natürlich ein bisschen nervig, dass wir jetzt hier so suchen müssen. Geschützturmfabrik, auch wohl kaum. Ähm, zwei Welten. Innerhalb des Argon-Territoriums können in den Argon-Ausrüstungs-Docs die Raumfahrzeuge aus- und aufgerüstet werden. Tolien-Software, ja, Handelssoftware, bla 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 bla... Nicht das, was wir brauchen. Ähm... Naja, gut. Schauen wir weiter. Eine typische Argon-Raumstation... Also hier in den... Ähm... ...Argon-Raumstationen, da werden wir es wahrscheinlich nicht finden. Ähm, ich gehe nochmal ganz kurz hier hin. Ich glaube, ich habe gerade nicht richtig geguckt. Okay. Unbekannter Sektor. Fällt natürlich auch raus. Ja, hier... ...haben wir noch unser Schiff... ...dass er... ...naja, in dem... ...in der Station hier festgehalten wird. Argon-Ausrüstungs-Docs, das hat auch nicht... ...der natürlich auch nicht. Militärische Außenposten. Der hat natürlich nur Infanteristen. Und... ...Waffen, die wir nicht brauchen. Eine aktuelle Information des... ...Okay. So. Weiter. Gehen wir mal Richtung Xenon-Sektor. Dann hier rüber. Split-Handel zu haben. Familie Nie. Ja, hier können wir aber nicht handeln. Selbst wenn sie das hier hätten. Was denn... ...nicht tun? Wir haben es hier nicht. Okay. So. Dann gehen wir zur Schatzkammer. Wieder nur eine... ...Argon-Raumstation. Ausrüstungs-Doc. Das übliche wieder. Leichte Waffen. Nee. Nianas Unterschlupf. Da hätten wir ein Schiff. Grüne Schuppe. Teladi-Handel-Stationen sind grundsätzlich funktionell, aber nicht auf Komfort ausgelegt. Ja. Teladi-Schiffswerft. Äh, Schiffswerft ist Quatsch. Die neu benannte Nevidio Minenbau- und Manufaktur-Company, früher PTNI, entschied, dass... Dann haben wir die harmschöne... ...Schnäppchen und Verkaufspreisfinder. Damit kann man eine Menge Geld verdienen. Braucht dazu natürlich auch ein großes Schiff. So, äh, hier haben wir das auch nicht. Teladi-Raumstationen sind grundsätzlich funktionell... ...Tja. Piratenbasis. Obwohl die Piraten... Ja. Unbekannter Sektor, genau. Das war ja... So, dann gucken wir mal... ...ähm, hier oben. Zentrum der Arbeit. Eine typische Argon-Raumstation. Ketzers. Und da können wir nochmal gucken. Durch die alleinige Aufgabe entwickelt, maximalen Schutz für den Sektor zu bieten, in dem sie aufgestellt worden ist. Ja. Hier gibt es das auch nicht. Eine typische Argon-Raumstation. Hier dann auch nicht. Ja, da müssen wir wohl tatsächlich... ...zu den Argonen. Grüne Schuppe, PTNI. Ah, hier haben wir noch die... ...Terraner. Diese Station wird von nahen Patrouillenschiffen als eine Operationsbasis genutzt. Sie stellt Nachschub... Diese Station wurde für die alleinige Aufgabe entwickelt, maximalen Schutz für den Sektor zu bieten. Ja. Bergbaustation. Okay. Obwohl die eine Patrouillenbasis. Hier mal das gleiche. Rumpfplattenfertigung. Saturn. Forschungsstation. Forschungsstation ist eine von der ATF und dem USC gemeinsam betriebene Einrichtung. Auch so eine Station, ähm, wie diese orbitale Verteidigungsstation. Orbitales Logistikzentrum. Ich glaube, das sind diese Basen, die wir selber auch kaufen können. ...möglichen Ausrüstungsgegenstände, die ein tyrannisches Schiff... Ja. Diese Station wurde für die alleinige Aufgabe entwickelt, maximalen Schutz für den Sektor zu bieten, indem sie aufgestellt worden ist. Na, hier gibt es Minen, Rumpfplatten... ...Scanner... ...aber... ...Währungsversicherung gibt es da auch. Aber leider... ...immer noch keine... ...Bestrungantriebe. ...die alleinige Aufgabe entwickelt, maximalen Schutz für den Sektor... ...Diese riesigen Docks können... ...ja gut. ...diese Station wird von nahen Patrouillenschiffen als... ...sieht nicht gut aus. Ortsche Wolke. Sehr geehrte Besucher, wir haben derzeit Schwankungen in unserem Energiesystem. Wir bitten Sie, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Hä, wo sind denn denn... ...Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter, Asteroidengürtel? Dann müsste doch hier... Ach, ich wollte gerade sagen... ...Mars und Erde, die müssen ja auch noch kommen. Dann... ...wieder das Gleiche. Schockwellen, Kanonen... ...schöne Waffe, aber... ...brauchen wir nicht. Diese Station wurde für die alleinige Aufgabe entwickelt. Ja. Diese Station ist die zentrale... ...ja. Venus, dann kam doch auch noch die Erde. Wir waren doch schon bei der Erde. Waren wir nicht bei der Erde? Klar waren wir bei der Erde. Warum kommt denn die Erde nicht? Hm. Also zwischen... ...Venus und Mars fehlt die Erde. Kam doch eigentlich immer hier. So, wartet mal. Ich zoome mal ein bisschen raus. Vielleicht sehe ich es einfach nicht. Wir waren doch schon bei der Erde, oder nicht? Wir waren doch bei der Erde. Ja, hier kann sie nicht mehr kommen. Hm. Merkwürdig. Weiter rauszoomen kann ich hier leider auch nicht. Ähm. Dann müssen wir wohl... Schauen wir mal bei der... Ach, hier. Und da gibt es noch ein Ost... ...Ost-Tor. Dann werden wir dann zur Erde kommen. Dann müssen wir Richtung Venus fliegen. Und dann mal gucken, ob wir da irgendwo was bekommen. Oder wir fliegen... Wir fliegen weiter Richtung... Ähm. Wir fliegen weiter... Auf jeden Fall Richtung... Moment. Wir gucken mal ganz kurz. Wir sind jetzt hier im... Familie Zürat. Da fliegen wir Richtung Norden. Da fliegen wir als allererstes mal hin. Richtung Norden. Da hinten haben wir das Nord-Tor. Da fliegen wir jetzt mal hin. Tor, Familie Autopilot. Der Autopilot aktiviert. So, dann gucken wir mal, dass wir hier erstmal rauskommen aus dem Sektor. Und, äh... Ja, jetzt können wir die Argonen-Sektoren abklappern, bis wir den Gona-Tempel finden. Oder wir finden bei den Menschen was. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bei den Terranern auf der Erde was zu finden ist an Sprungantrieben. Autopilot deaktiviert. Gucken wir mal. Vielleicht können wir noch eine schnelle Mark hier mitnehmen. Richtung Westen. Da hinten haben wir das. Asterol-Tor. Nies hinterhalb. Autopilot aktiviert. Ja, damit entfernen wir uns natürlich total von unserem Ziel. Aber... Ohne Sprungantrieb läuft es eben überhaupt nicht. Das haben wir ja wohl gerade richtig gesehen. Das klappt nicht. Und ich denke mal, selbst wenn da die Xenon-Kuh direkt neben dem Elefant ist. Die müssen wir ja erstmal dahin locken, erstmal. Mit unserem Elefanten selbst. Denn sobald sich unsere Sabre der Elefant zu sehr nähert, verschwindet die wieder. Und taucht woanders auf. Und naja, unsere... 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 Kaiman. Die ist einfach zu langsam. Mit der... Und da bringt es auch nichts, wenn ich die Schilde jetzt noch verbessere. Erhaltensystem. Autopilot deaktiviert. Hallo. Split-Polizei. Was wollen die von uns? Split-Abenteuerreise. Guckt mal hier. Da ist eine Abenteuerreise. Okay. Die haben wohl was gegen uns. Wie kommt denn das? Das kann ich jetzt gerade gar nicht nachvollziehen. Ich mache mal einen Bogen um die. Wenn es geht. Wenn es irgendwie geht. Split sagen. Du nicht haben befolgt Befehl. Wichtigen Split-Sektor zu verlassen. Split setzt den Abfangkurs auf sein Schiff. Split jetzt angreifen. Nee, ich hoffe doch nicht. Ja. War da was? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir bei dem Split nicht mehr willkommen waren. Und wenn die das sagen. Das würde natürlich auch bedeuten, dass wir da zum Beispiel auch gar nicht durchfliegen können. Hier sind wir tatsächlich gar nicht mehr so beliebt. Okay. So, wir starten. Wir steuern erstmal den Handelshafen an. Machen da einen Speicher. Undock-Erlaubnis verweigert. Undock-Erlaubnis verweigert. Warte, was? Äh. Okay, dann müssen wir ja nochmal ein bisschen weiter. Wir müssen jetzt Richtung Süden. Was ist denn das Südtor? Da hinten. Tünns Autopilot aktiviert. Hm. Kann mich echt nicht daran erinnern. Also ja, ich glaube da war was, dass wir schnell bei den Split weg mussten. Aber, dass er so, so massiv war. Okay, die kümmern sich jetzt nicht um uns. Da ist es schon mal nicht schlecht. Wahrscheinlich sind wir denen einfach egal. Dann müssen wir jetzt noch gucken, wie wir bei den Xenon durchkommen. Und dann können wir in schwarze Sonne irgendwo. Autopilot deaktiviert. Da hat es aber doch... Moment, jetzt müssen wir noch in dem... Jetzt sind wir in Tünns Abgrund. Jetzt müssen wir hier noch durch. Oh man. Split Handelshafen. Autopilot Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Okay, hier dürfen wir hin. Dann fliegen wir doch mal zu dem Handelshafen. Sehr gut. Ja, fein, fein. Oh, Xenon. Nicht zu knapp. Vielleicht können wir uns ein bisschen beliebt machen, wenn wir die Xenon zerstören. Das können wir dann mal versuchen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir machen dann jetzt erstmal eine Pause. Heil der Familie Ronka. Die Split-Dynastie heißt Sie willkommen an Bord. Jo. Okay, dann gucke ich mal, dass ich... Ja, ob ich mir das durchlese. Ich gucke mal eventuell. Ja, ich gucke mal. Ich glaube, ich gucke da mal vielleicht den Lösungsteil. Vielleicht schreibt die mir das einfach, dass wir da den Sprungantrieb bekommen. Das ist ja wirklich unnötig da, jetzt lange zu suchen. Ja, oder wir fliegen einfach weiter und gucken, ob wir ihn finden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Gut, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe bis dahin erstmal, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.